Wenn ein Teufel vertrieben ist, wächst direkt daneben ein anderer aus der Erde und beginnt zu flüstern. Es gibt keine Ruhe für die Liebenden. Das Paradies ist leer. Was denkt man denn, wenn sich in einem Augenblick tausend Gedanken durchkreuzen? Und was empfindet man, wenn vor lauter Empfinden das Herz einer tiefen Betäugung liegt? Was will ich denn das? Ich bin jetzt ihr Gefangener, den man auf sein Wort frei umhergehen lässt. Das schmeiche doch. Mit schmachtenden Augen die geheimsten Gedanken der Seele lasen. Und das zitternde Erwarten der Nadel in Wolle ist. Und die Trunkenheit ihrer... Aber du... Sie machen auf meine Liebe weiter keinen Rutschbruch. Ist es möglich, dass ich zwischen einer Margaret und einer Sarah einen Augenblick in einem Unentschlossen bleiben konnte? Und auch da nicht aufhören zu schneiden und zu brennen, wo es nur noch ein empfindungsloses Ars ist? Ich werde empfinden, wie süß die Rache sei! Ich dachte, dass ich... ...could defy... ...the sense of time... ...the sense of time... ...colours in the snow... ...is all around your hands... ...the sense of time... ...the sense of time... ...the sense of time... ...is all you've got in your hands... ...die Hälfte dieser Seligkeiten ist verschwunden und die andere Hälfte wird verschwinden. ...die Hälfte der Nadel in Wolle... ...in Wolle... Untertitelung des ZDF, 2020